What's up Leute, hier ist wieder Draglines mit Let's Play Metroid Prime Folge 46. Im letzten Part haben wir geguckt, was man mit dem Grapple Beam noch so weiter machen kann und haben einen Energietank mehr erhalten. Äh, was? Ich wollte aus dem Menü raus. Aber ich war gar nicht drin, deswegen bin ich wieder reingekommen ins Menü. Naja, und jetzt gucken wir mal, was wir mit dem Grapple Beam noch so weiteres machen können. Tolles, schönes. So, ähm, auf jeden Fall, ähm, es wird wahrscheinlich nicht allzu viel sein, befürchte ich schon. Ich glaube, ich muss zurück in die Fasern minen. Aber dat gucken wir noch. Dat gucken wir noch. Wenigstens in Fendrana. Und... Was? Tozo-Geister? Sind hier etwa... Artefakte? Ach du Kacke. Lass mich in Ruhe. Wieso ist das Gras hier weg eigentlich? Das Giftgras. Achso, wegen Flagra wahrscheinlich, weil ich die ausgenockt habe im zehnten Part. Äh, wir haben jetzt schon... Alter, wir haben jetzt schon so viele Parts keinen Boss mehr gehabt. Tades in 27 war der letzte, also den wir da besiegt haben. So, das sollte aber gehen. Genau. Das sind noch die Kultsymbole, die wir aktivieren mussten. Erinnert ihr euch noch? Antike Zeiten sind das, an die wir uns dann zurück erinnern müssen. Antike Zeiten, das sage ich euch. Aber ich bin doch eigentlich ganz oben schon gewesen hier. Müsste ich, ja. Da war ein Kultsymbol, auf der anderen Seite ging es nicht weiter. Genau. Und hier kommen wir dann in die Gefilde von Flagra. Aber guckt euch mal an, da ist noch was richtig Blaues. Hm, da sind wir also noch nicht gewesen, ja. Äh, äh. Achso, stimmt. Hier gab es ja keine Tür. Jedenfalls nicht direkt. Ich mache meinen Ausweg gerade fest. So. Okay. Ja, schade mir ruhig. Ach ja, die Sensenranken. Ich erinnere mich auch an euch. Aber ihr macht mir auch gar nichts. Nase kratzen. Mann, wieso kratzen? Ah, 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 ah. Wieso juckt meine Nase so unerbittlich in diesem Let's Play? Das ist schon verteufelt. Was? Ich darf nicht mehr in den Flagra Bossraum? Äh, Scan zeigt an, dass dieses Rankengeflecht Waffen gegenüber unempfindlich ist. Ähm. Ähm. Warte, wo war das Blaue jetzt? Da war das Blaue. Dann gehen wir da noch mal hin. Da muss ich eh ins untere Stockwerk und dann da durch. Ja, ja, machen wir. Machen wir. Ganz einfach. Aber ich glaube, das war wirklich Grapple Bean, was ich da brauchte. Und wenn ja, dann sind wir an der Entdeckung dran. So viel sage ich dann. So viel mache ich dann fest. Stirb Kraut. Unkraut. Ah, meine Nase. Das gibt es doch gar nicht. Ah. Ah. Let's Player Fluch. Es gibt so einige Let's Player Flüche. Ups. Und fallen. So. Blaue Tür. Zu meiner genau gerade Osten. Das sehe ich doch gern. Da muss ich mich nicht mehr so gefiel mit den Chozo Geistern abgeben. Die doch auf Dauer ziemlich nerven. Auf Dauer und generell. Ach. Die sind schon so Geister. Ich sag's euch. Hm. Irgendwie bin ich sorglos mit meiner Energie hier. Naja. Ach stimmt. Wie hießen die noch? Plasmide oder so? Nein. Plasmide. Plasmide doch nicht. Ich spritze mir die Dinger doch nicht. Ne, 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 ne. Aber irgendwie, wieso hießen die? Illuminati? Weil die Licht bringen? Tatsache. Hier sind wir also richtig. Und so. Die Frage ist, was bringt uns das? Bloß eine Kiste, bei der ich mich aufpowern kann? Guter, aber. Einen weiteren Gang, den ich nutzen kann. Wir erdenken hier doch noch einiges Neues, ha? Will man nicht meinen. Aber es ist gut. Oh. Das sieht definitiv so aus, als könnte ich hier ein Artefakt kriegen. Oh. Spuck nicht Chozo Geister aus. Hm. Okay. Ich würde mal sagen, zwei Stück sind hier noch okay. Aber, dass wir uns die mal als Gegner genehmigen jetzt. Der eine dort wirklich unten. Er kommt wenigstens hoch. Er hat immerhin die Güte. Güte Klasse. Einen Energietank. Den kriege ich hier wenigstens. Yay. Das ist der zweite Energietank. Genau von zwei Parts. Das wäre super. Oh. Die da einfach in mir spawnt. Ist ganz schön in mich gegangen. Weißt du was? Dabei bin ich der Einzige, dem es erlaubt ist, in mich zu gehen. Äh. Ja. Frag gar nicht weiter über den Sinn dieses Satzes nach. Er hatte keinen Sinn. Sinnentklärte Sätze sind meine Spezialität. Ich bin Drag-Linders. Hallo? So. Stirb am besten. Was soll denn das? Verdammt. Und ich verfehle auch noch. Ist du nicht rechts gewesen? Chozo Geister. Ah, meine Nase. Das gibt es doch gar nicht. Wieso kann die so... Also, wieso juckt die so unendlich sehr? Das ist echt blöd. Ein bisschen meinen Energietank rein. Stehen die mir bloß nicht, ja? So. Der Erste ist tot. Eingehende Scandaten. Auf die habe ich auch gewartet. Die können wir dann nämlich auf jeden Fall nochmal nutzen. So. Um zu gucken, wo wir dann weiterkommen. Magmoor. Wir mussten also sowieso Backtracking machen. Ah. Diese Dinge. Stimmt. Ich erinnere mich. Da gab es auch bestimmt was. So. Wieder einer tot. Okay. Ah. Nase. Hm. Da muss ich... Nein. Da komme ich am Ende runter. Ich muss irgendwo anders hoch. Da zum Beispiel. Oder so. Hm. Hm. Na doll. Auf bei Loch. Tja. Dann schätze ich mal, muss ich jetzt wieder richtig hoch mich parkouren. Wenigstens ist angegeben, wo ich lang muss. Naja, ganz so hoch ist das nicht. Achso, beide aktivieren, damit ich da freikomme. Ja. Das ergibt Sinn. Spider-mäßig. Aber die andere Seite doch auch noch. Und Achtung. So. Verdammt. Und so. Ich habe Zeitaufwand. Aha. Das ist neu. Das aktiviert dasselbe. Nein, das aktiviert den da. Okay. Ich komme hier auch hoch. Nicht, dass der auch noch auf Zeit ist. Äh. Aha. Der bringt mich nur auf Dauer. Oh Gott. So ein Wurfball-Parcours, der mich zerquetschen kann. Ich sage nur Alinos in Metroid Prime Hunters. Lava. Oh Gott. Ist das ein schlimmer Parcours. Und ich. Den muss man auch durch. Dagegen ist das hier ja gar nichts. Und es tötet mich sofort. Ich wäre tot gewesen in Metroid Prime Hunters. Wie mir das gerade passiert. Hier schadet es mir nur. Aber die Stempfe in Hunters hatten definitiv mehr Wucht. So. Wo bin ich jetzt? Ah. Das ist für eine Missile-Container. Das andere für einen Energietank. Moment. Oh. Ah. Hier sollte man aber auch wirklich erst jetzt hin mit Grapple-Beam. Ey. Wie dämlich. Was? Nee. Einfach nicht. Nein. Nein. Ich kann doch nicht jetzt wirklich hier sein. Ich muss... Ähm. Wo war der Raum jetzt nochmal? Da. Achso. Einfach nur da hoch. Ja. Das geht ja noch. Dann lassen wir dich mal in Ruhe, Grappinsekt. Wie immer. Juhu. Ich bin weg. So. Nee. Aber dass ich da jetzt runterfalle und dann so lande? Nee. Ich muss Grapple in der Luft auf jeden Fall machen. Aber das kriege ich doch wohl hin. Sollte ich doch. Hoffen. Stimmt. Da hatten wir wirklich ein Grapple-Beam-Ding. Ich erinnere mich. Und das bringt uns dahin. Ja. 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 It connects. Alles verbindet sich zu einem... Also nicht mehr Puzzle, sondern das Puzzle ist Entwirt. Zu einem kompletten Ganzen. Äh. So. Weiter geht's. Sinnloses Gelaber später. Also weiteres sinnloses Gelaber später. Die Illuminati machen wieder Licht. Au. Ich bin auf einem Illuminati gelandet. Keine Chozo-Geister. Bitte seid nicht wieder da. Aber die eben waren Video getriggert. Deswegen hoffe ich einfach mal... Kann ich hier vielleicht doch noch ein Artefakt abstorben? Das wäre super. Hui. Achtung. Und... Ey. Wieso hat meine Wii-Mode nicht reagiert? Ich würde mal sagen, wir machen das jetzt einfach mal so mittendrin. Auf dem Weg. Hat meine Wii-Mode reagiert? Oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, irgendwas hat mich daran... Äh. Davon abgehalten, weiterzukommen. Alter, meine Nase. Schon wieder am Jucken. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Mann. Boah. Stirb, du dämliches Teil von Nase. Nur am Jucken. Oh. Lasst mich doch in Ruhe. Bitte. Danke. Ich will bloß erstmal das Teil... Wenn ich euch besiege, muss ich jetzt wieder aus dem Gebiet raus. Und dann wieder ist... Da sollte ich mir erstmal das andere Teil holen und das hier dann mit dem Thema Backtracking machen. Ich glaub, das wär die bessere Wahl. So komm ich dann aus dem Raum raus. So war's gedacht, hä? Fasche Reihenfolge. Lass mich einfach in Ruhe. Ich mach den Rest. Wie der mich verfolgt auch. So. Und... Weiter. Schade mir ruhig. Ist mir egal. Und... So. Ey, jetzt lass mich hoch. Nicht das Teil. Das Teil. Alter. Und... So. Geschafft. Au. 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 So. Jetzt kommen wir hier hoch. Ach ja, das Alinus Ding war ja auch auf Zeit damals in Metroid Prime Hunters. Ich erinnere mich. Oh Mann. Und wie ich mich erinnere. Das steht uns auch noch bevor. Let's Play. Davon ist geplant. Energie-Tag erhalten. Und... Ist das da? Was ist das da? Da ist noch was. Nö. Offenbar nicht. Dann geht's jetzt zurück. Und jetzt holen wir uns den Missile-Container. So. Okay. Jetzt haben wir wieder volles Leben. Und die Chozo-Geister können wir jetzt getrost ignorieren. Die haben wir soweit durch. Wow. Das war knapp. Zum Glück sind die Dinger hier nicht One-Hit-Kill. Ist halt noch ein einfacheres Spiel. Aber vom Platforming her schwerer. Definitiv schwerer als Corruption. Aber in Hunters musste man, glaube ich, auch viel Platformen. Also was Morph-By-Platforming angeht, war das auch unverzeihlich. Ja, ja. Sogar in jener Passage in Alinos, die ich meinte. Da waren Lama-Becken rumrum. Bist du runtergefallen? Durfst du dich freuen, dass du nicht gestorben bist? Aber natürlich dementsprechend dann sagen von wegen... Oh, schade, bin runtergefallen. Muss jetzt durch die Lava schwimmen, ne? So. Und... So. Missile-Container. 75 Missiles. Yay. Es geht voran. Was das Aufrüsten angeht. Jetzt haben wir schon drei Erweiterungen abgesahnt. Die Frage ist, werden wir hier in den Ruinen noch irgendwelche weiteren kriegen? Ich bin allmählich in der Lage, dass ich sage, ich bezweifle das. Aber guckt euch das mal an. Da konnten wir damals doch... Nicht lang, weil wir den Gravity-Suit nicht haben. Gehabt haben. Genau. Und es ist direkt hier unten. Genau. Dann gucken wir uns doch mal den Gang an. Das ist meine nächste Agenda. So. Also mein nächster Punkt auf der Agenda. Wobei meine ganze Agenda eigentlich schon, weil ich keinen anderen Punkt habe. Außer vielleicht zurück zu den Faser-Minen und mal gucken, ob es in Magmo oder in Fendrana oder in der Talon-Oberwelt noch was gibt, was ich übersehen hätte. Können. Hätte übersehen können. Hier sind wieder Shoso-Geister. Wieder etwas, was mir nicht gefällt. Lass mal. Ich muss in den anderen Gang gehen. Und auch gar nicht nervig die Shoso-Geister und gar nicht Schmerz besiegen. Nein. Achtung. Ups. So. Und dann hier hin. So. Okay. Mach auf. Danke. Den Kappes. So. Sind wir den Shoso-Geistern entkommen und gehen jetzt zu dem großen Unbekannten, wo wir durch die Unterwasser-Gegend müssen. Genau hier unten. Durch. Was gab es denn da oben nochmal? Ich habe keine Ahnung mehr. So. Also, was haben wir hier? Ich bin ja mal gespannt. Ein Artefakt. Tatsache. Damit hätten wir acht. Nehme ich mal an. Also hier hätten wir sowieso hingemusst. Demnach war das also der Story zuträglich. Dies ist das Artefakt des Lebensspenders. Das fünfte von insgesamt zwölf. Achso. Dann habe ich wirklich erst vier, hä? Items 44%. Shoso. Ähm. Wenn ich auf Shoso gehe. Wie viel habe ich denn da? Shoso. Im Einklang der Quell. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, ach. Wenn es nur zwölf Artefakte gibt, dann waren das gar keine. Der Wurm. Dann waren das bloß Sachen, die ich gescannt hätte, hä? Artefakte hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ne, das sind bloß die Einträge, wo die alle sind, hä? Die, die ich habe, sind die farbigen. Ja, klar. Und davon habe ich nur vier. Wow. Und einige habe ich nicht mal gescannt, hä? Äh, Ruinen unserer Herberge. Ältesten in einer großen Halle. Das klingt nach Shoso-Ruinen, um ehrlich zu sein. Artefakte erhalten. Genau. Auf die Suche nach dem müssen wir uns ja letztendlich auch noch machen. Und es ist besser früher als nie. Ha. Dann, äh, weil früher hat man vielleicht noch ein paar Sachen mehr im Kopf, die man später dann vergisst. Wieder. Zum Beispiel, wo war hier eine Gravelbeam-Vorrichtung und so weiter? Ach stimmt, hier habe ich ja meinen neuen, meinen, 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 wie heißt es jetzt? Meinen Wavebuster erhalten, genau. Den Wavebuster, den ich im Prinzip nie benutzt habe. Hätte ich aber, hätte ich gut gegen, gegen diese Piraten einsetzen können, hä? Ich wette, Supermissize hätte noch bei den Powerbeam-P-Arten geholfen. Sei es drum, Shoso-Geister, wir sind weg. Sonst ist hier immer ein Grab-Insekt, jetzt ignorieren will das, was hier jetzt anstelle dessen ist gleichermaßen. So. Dann bleibt eigentlich der Gang in die Talon-Oberwind. Ja. Würde ich mal sagen, da hast bestimmt auch noch was Scrabble-lastiges. Äh, dich ignorieren wir. Jo. Ich sehe die Ruinen jetzt einfach mal so ziemlich geschafft. Und dann, hm, müssen wir auch mal gucken. Wenn hier nichts Scrabble-artiges war, keine Ahnung. Hier haben wir noch eine Säule, die ich nicht... Diese Säule sind durch die Witterung zu fallen. Die C14-Analyse erlaubt keine exakte Angabe des Alters C14. Oh, ein Eintrag, den ich vergessen habe. Boah, kleinen Moment, meine Nase bringt mich um heute. Oder ich bringe sie gleich um. Die Geschichte der Chozo reicht zurück bis in die antike Zeit. Ähm, so weit, dass sich unsere Spuren im Nebel der Vergangenheit verlieren. Eines jedoch ist klar. Hier in der Chozo die einst Talon 4 besiedelten, wandten sich bewusst von einer Zivilisation der Hochtechnologie ab. Ah, wir Chozo wählten ein Leben in Einklang mit der Natur voller Zuversicht und Vertrauen in die Fürsorge des Universums. Wir glauben, hier in Frieden leben zu können und werden von Zeit zu Zeit unsere Worte hier verewigen. Boah, das war der allererste Eintrag. Und hier haben wir noch weitere verwitterte Sachen. Mann, ich bin hier am Anfang echt Scant-Faul gewesen, was? Scant-Faul. Nicht mal das habe ich gescannt. Nördlichen Teil der Talon-Oberwelt. Ah, kleinen Moment. Meine Nase. Wenn wir beim Schiff sind, speichere ich und dann machen wir die Transition zum nächsten Part. Also gehen wir für euch morgen dann weiter. Haben ja jetzt eigentlich einiges geschafft, ne? Nichts mit Haupt-Items, aber so ein paar Neben-Items. Energietanks, zwei Energietanks. Wir haben jetzt insgesamt neun Energieeinheiten. Das wird uns helfen. Das glaubt man. Und das Artefakt hätten wir sowieso suchen müssen, letzten Endes. Wie es mit allem ist. Die Half-Pipe hier hatte ich schon mal. Gab es hier noch irgendwas, was ich nicht, äh, erreichen konnte? Oder so? So in etwa? Hier komme ich auch gar nicht weiter hoch. Hm. Naja. Da gibt es doch eigentlich bloß diese Half-Pipe-Gänge. Und dann kann man da oben irgendwie hin. Nee, da oben konnte man auch einfach lang gehen. Genau. Hm. Hier unter Wasser gab es keine Secrets. Glaube ich nicht. Sieht aber so aus, als könnte man da irgendwie mit dem Half-Pipe runter. Dachte ich mir jedenfalls gerade. Aber war natürlich nicht so. Der Fall war es nicht. Tja, dann nähern wir uns unserem Schiff. So, mit bedächtigen Schritten. Grabinsekten. Ihr interessiert mich nicht die Bohne. Ihr seid einfach nur noch niederes Gewürm. Kleines Gewürm. Nicht nieder, klein. Oder beides. Ich, äh, keine Ahnung. Insekten. Ich mag Insekten nicht. So viel ist klar. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Metroid Prime. Wo wir dann hoffentlich weitere tolle Sachen finden werden. Und wenn nicht, dann widmen wir uns der Hauptstory weiterhin. Danke fürs Zusehen. Kommentieren nicht vergessen. Dragline ist over and out. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.